Nindra-Valakilyasana ist eine Rückbeuge, ist eine Rückbeuge, die ganz stark die Flexibilität in Oberschenkel und Hüfte entwickelt. Bei Yoga-Vidya nennen wir diese Stellung meistens Anjaneyasana und manchmal wird gesagt, Valakilyasana ist die Variation, die etwas fortgeschrittener ist, wo du in Anjaneyasana zum Himmel oder sogar nach hinten schaust. Nilakanta zeigt, wie es geht. Und entweder vom Stehen, vom Knien, vom Hund oder auch von der Hockstellung aus, kommst du zum Sprinter, ein Bein hinten, das andere Fuß vorne, gebeugtes Knie, du senkst das Becken, dann gibst du die Hände vom Brustkorb zusammen, du schaust nach hinten und gibst die Arme nach hinten. Du bist jetzt ganz oben, das ist dann nämlich Valakilyasana, die Stellung der Himmelsgeister oder der Lichtwesen, der Himmelswesen, man könnte auch sagen der Engel. In dieser Nindra-Valakilyasana fühle dich nach oben verbunden, verbinde dich mit der Himmelskraft, bitte Lichtenergien in dir und durch dich zu wirken.